Mein Plan, die Welterschaft zu ergreifen oder Rebekkas Plan, die in einer grausamen Welt zu finden? Ich meine, den Plan Elijah zu rennen. Den guten Bruder, dem du heimtückisch einen Däuch in den Rücken gerammt und den du dann an deinen Erzfeind übergeben hast. In die Brust. Wir wollen doch bitte genauso. Ihr habt gesagt, dass ihr ihn befreien würdet. Also gibt es dazu einen Plan? Okay. Also zunächst einmal ist Marcel nicht mein Erzfeind. Er ist mein Freund. Auch wenn ihm vielleicht nicht bewusst ist, dass ich versuche, seinen Einfluss zu sabotieren, den er auf die übernatürliche Gemeinschaft des French Porter hat. Aber ein Freund ist der Trotz eben. Und zweitens habe ich die Löcherhörer durch...